das große gespräch ist immer schlechthin da hat es jetzt ordentlich gescheppert das gibt sicher eine safety car phase nach dieser massiven kleinholzmachung im hinterfeld sieht sogar nach einem überschlag aus da fehlt mal der heft flügel da sind traurig die radar flingern abgeknickt aber dem fahrer ist nichts geschehen und in der tat kommt das safety car raus nach einem ordentlichen bums den es da gegeben hat man muss sich ja auch gefegt werden da müssen die trümmer weg geholt werden was ist dort geschehen schauen wir hin einer der beiden red bull junioren neben die strecke gerumpelt und im versuch da auszuweichen das war schon ein härterer unfall überall bügel natürlich stabil längst wie üblich im motorsport eingebacken und nicht